oh granaten ja die ist ein bisschen größer eine größere map hat man die nicht schon mal? wahrscheinlich mittlerweile fast alle maps schon mal das glaube ich nicht weiß ich nicht ach hier ach die ist das oh ja die ist groß hallo die ist ein bisschen so zwei zentimeter größer passiert ich höre musik es kommt ein schönes country kommt soll ich mal ein arsch sein? nee ich bin kein arsch aber wenn er jetzt traitor ist ja dann schieß ihn doch ach da brauchst du dich nicht aber wenn ich mal irgendwas werfe bin ich sofort tot ja wenn er auf toilette ist kann ich doch nicht einfach erschießen natürlich gerade dann oder erik was sagst du dazu was hättest du gesagt wenn ich jetzt erschossen hätte wenn du auf toilette bist? dann hätte ich gesagt du bist eine doofe doofe kuh siehst du und das war's danny was hat das fast dir getan? ich? ja hier ist ein kanister wo soll ich traiter sein? wo soll ich diesen kanister bist du überhaupt? aaah schießt jemand auf mich ist nicht in ordnung komm raus du oh katze alter raus du marder hilfe hilfe ich sehe ihn nicht ach leck mich machst du da oben am dach ich stehe hier entschuldigung ich bin innocent er wollte mich töten ich habe danny gerade geärgert ich wollte mich töten ja kannst dein dach kannst du das dach behalten hätte ich dich mal erschossen ja hätte er hätte fahrradkette oh guck ich hier ausmachen ist ja schrecklich hüpp 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 der hat mit fässern gespielt weiter hüpp das war gefährlich hüpp ah ja danny trader sein ist gefährlich hallo kannst mich mal kreuzweise so jetzt habe ich hier vielleicht zwei trader vor mir sitzen sehr schön kann gar nicht sein du bist trader so verbrannt wie du aussiehst Oh stimmt, das wollte ich auch wieder hin. Geht das eigentlich in-game direkt? Oder muss das das wieder laden? Also in-game ist das sowieso offen. Nein, nein, es geht direkt. Dat geht direkt. Was, das geht dreck? Ja, es geht dreck. Was geht dreck? Rellefon-Mann. Rellefon-Mann, Frau, was? Bär. Divers höchstens. Ne, ich hab gesagt Bär. Das zählt ja zu divers. Was ist denn du da oben? Ich versuche mich von euch fernzuhalten, weil ihr immer böse seid und mich immer abknallt. Ja, freilich. Das sagt der, der am fiesesten hier ist. Fiesesten? Das ist ja gar nicht wahr. Oh, fieser Schlüpper, du. Schlüpper? Schlüpper. Deine Tote Leitung. Die Beleidigung ist ja voll 90er, ey. Wo hast du die denn gelernt? Aus welchem Buch hast du denn die? Aus welchem Geschichtsbuch? Die schlechteste Beleidigung er da. Wahrscheinlich. Meine Mutter braucht kein Witzbuch. Das ist doch ein Geschichtsbuch. Die Schreibgeschichte. Schießt du auf mich? Oh, hier unten ist irgendwie was Todes. Aber das sieht nicht so aus, ob das jemand von euch ist. Ja, mir ist egal. Ich kann noch zwei Minuten hier oben sitzen. Das ist überhaupt kein Thema. Da bin ich schmerzfrei. Na, ihr zwei Träternasen. Na, ihr zwei Träternasen. Na, ihr zwei Träternasen. Ich kann noch mal schauen. Ich darf nicht dringend sein. Die erste Beleidigung ist es sehr frei. Und dann unter dem anderen. Ich kann noch was das Feedback machen. Auch das tun am Ende. Ich kann noch nicht dringend sein. Die erste Beleidigung ist kein Problem. Ich kann noch nicht dringend sein. Ich kann schon einfach nur noch sprechen. Das war's. Das war knapp, ey. Das war, hä? Das war knapp. Das ist vor mir rumgeturnt und ich dachte mir so, er kann nur Traitor sein in dem Moment. Das ist also das, was ich von ihm kriege, wenn ich ihn nicht töte, wenn er Afka ist. Geil, ne? Hetze, 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 hetze. War jetzt zu nett zu dem netten. Hette, hette, Farber. Farber? Ja. Findest du das in Ordnung, dass du hier alles zum Explodieren bringst, du Penner? Ja. Okay. Dann find ich das auch gut. Okay. Okay. Seid ihr zweckig? Versteckt das hier schon da? Ich bin aber zu fett. To fett to fly. Ja. Oh, eine Plasmagranate, die macht laut Bummel. Der Hi sieht aus, das wäre ja schon verschimmelt. Hallo, Hi. Tschüss. Tschüss, Hi. Ey, Danny war's, der hat ein Baby nach mir geworfen. Danny schmeißt mit Babys. Mopsmann schmeißt schon wieder mit Babys. Oben auf dem Dach. Wo sind die Sau, den hole ich mir jetzt. Ja, genau da, genau da. Wo denn? Da kommt der Bananen. Boah, was ist das denn? Scheiße. Oh, Manu. Oh. Wuhu. Wow. Interessant. Wie ist... Ja, nun. Puh. Warum kann ich die Trailer-Waffe nicht raufnehmen? Wie kacke ist das denn? Danny. Hab ich, hab ich? Hab ich? Oh Gott. Da vertraut man einmal dem Flo und denkt sich, oh. Und zack, kriegst du die Gausse ins Gesicht. Ja, scheiße. War schon ein bisschen merkwürdig, dass... Ich dachte schon. Ich wollte ja gerade, aber ich dachte mir, nee. Es ist gut, dass ich immer ein bisschen warte. Fairlich. Dann warte es immer ein bisschen krass. Eigentlich ist das unfair gegenüber dem Kerl. Warum? Ja, finde ich auch. Quatsch. Nee, aber dann habt ihr euch schon zur Hälfte alle erschossen. Wenn die Frau wartet, dann kommen. Eigentlich schon eine fiese. Ziemlich fiese Nummer. Das ist eine fiese Nummer auf jeden Fall. So, ich warte jetzt mal. Bist du schon soweit? Bist du schon soweit? Ich warte jetzt mal. Gib mir mal eine Stunde. Ich würde mal aufpassen. Die Decke könnte auch mal wieder gestrichen werden. Wow. Das ist ein bisschen komisch. Entschuldigung. Hi Tim, hi Tim, hi Tim, hi Tim. Warum bist du verletzt? Warum bist du sehr schwer verletzt? Hat jemand auf dich geschossen? Ich denke, jemand hat nicht grundlos auf dich geschossen. Hoffe ich. Wer hat geschossen? Die Mette. Irgendjemand muss auf Tim geschossen haben. Also hat Tim entweder irgendwas gemacht, was anderen dazu verleiht hat, auf ihn zu schießen. Ich glaube nicht. Ich bin Detektiv. Nämlich. Du bist Detektiv. Ja. Ich bin, ich weiß es nicht. Ich bin nicht Ingame-Detektiv. Ich bin Hobby-Detektiv. Ich glaube, Ingame haben wir keinen Detektiven. Aber, ich glaube, du bist auch weiter, Flo, weil irgendwie redet sonst keiner mehr. Lebt noch jemand? Hallo. Hallo. Ich bin der Wütscher. Hallo. Nein? Alle tot. Na toll. Das, äh, ja. Wie hast du denn das gemacht? Erzähl mir das mal. Erzähl mir das doch mal. Ja? Flo? Das ist nicht nett. Du hast einen Hubschrauber, ja? So einen Hubschrauber rumgeschraubt. Hubschraubt? Wie hast du denn alle getötet? Und warum? Was haben sie dir getan? Wir haben es hier bei Blut. Ich will hier nicht mehr leben. Weißt du, das war eine nette Forststadt, bevor du hier warst, ja? Wir haben hier alle in Frieden gelebt. Könntest du das bitte lassen? Krieg doch mal einen an die Kinder. Ich hab Angst. Ich bin hier nicht auf offenen Gelände rum. Ich bin hier nicht auf's. Ich bin hier nicht auf's. Ich bin hier nicht auf's. Es ist wichtig, dass wir die Kinder Mountainoor stehen dem Hund kann. Wie viel Leben hast du einen Punkt, oder was? Äh, vier. Ich habe erst gedacht, ich habe mich da hinten festgelaufen und kam da nicht mehr raus. Das war scheiße. Das war blöd, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Wer ist das denn hier? Wer bist du? Ach so, hi Erik. Ich bin nicht ein Hi. Du bist so ein Ninja Boy. Boah, diese blöde Tür. Ninja Boy, he is a Ninja Boy. John Boy. Hallo John Boy. Welche komische Lieder. Ninja Boy. Hi Tim, hi Tim, hi Tim, hi Tim. Warum krabbelst du da so krabbelig lang? Und warum ziehst du auf mich? Soll ich in deine Hose, oder warum läufst du nicht rum? Holy, was? Er ist mit seiner Hose um mich rumgelaufen. Ja, ich bin um Pedro Hose drum rumgelaufen. Mach den Hosentanz. Tim, kannst du bitte auf mich zu verfolgen? Nein. Was hat denn dir diese Reifen getan, Mann? Tim verfolgt mich. Wenn ich sterbe, will ich es Tim twerter. Wir hatten ja früher nichts, deswegen haben wir immer mit Reifen gespielt. Ach so, jetzt fehlt dir eigentlich nur noch ein Stöckchen, ja? Das ist ja was. Ist das eine Toilette? Hast du ein Stöckchen? Hast du ein Stöckchen? Ich habe eine Dingsbumsgranate. Mal gucken, was ich da habe. Mann! Ich habe schon einen Stock, aber den kann man nicht für sowas nehmen. Hau doch mal auf Tim! Ah! Warum stehst du auf mich? Guck mal, da läuft mich. Guck mal, da läuft mich. Guck mal, was ich kann. Ey! Warum läufst du mir hinterher? Ja, Erik. Was denn? Bist du Traitor? Bist du Traitor? Ja. Oder Tim ist Traitor. Ich habe jetzt Angst. Warum läufst du hinterher? Ihr seid alle Traitor. Ah! Ich bin verrückt. Ich habe Angst. Oh Gott, jetzt sterbe ich wegen einem Dubstep. Ja. Oh! Das hat sogar mal geklappt. Das erste Mal, dass dieses Ding funktioniert, oder? Uh! Warum lauft ihr mir alle Zeit hinterher? Warum schießt du immer direkt auf mich? Also, Pia, es ist wirklich kein Wunder, dass dein Karma echt das niedrigste von allen ist. Ja, wenn mir drei Leute hinterherlaufen und mich angucken. Das ist wirklich Grund, alle umzubringen, oder was? Scheiße. Machst du das auf der Straße auch so, wenn der einer guckt, oder was? Ja. Guck mal nicht an, du Arschloch! Du Traitor, oder? Ja, direkt Handkantenschlag. Bam! Richtig schön in den Kopf schießen und nachher sagen, ich hatte Angst. Ja, ja, so Carnicle-Fangschlag, so von hinten in den Nacken, nein, so bäm! Aber warum bist du so da herklaufen? Ist dein Carnicle krank und alt, mach ihn mit für ihn. Mach ihn mit für ihn. Achso? Warst du nicht Traitor? Nö. Achso? Oh Gott. Hast du so Angst gemacht? Du bist Traitor und bist mir überartig. Jenny, was laufst du so, ist nicht witzig. Ich find den gut. So alt wie der ist, der ist immer wieder gut. Was machst du da? Warum noch schießt du die Faser? Wer ist alt? Du! Dein Gesicht ist alt, Junge! Dein Gesicht? Dein Gesicht ist alt! Oder meinst du Finito alt? Ne, Finito ist alt. Finito ist alt. Finito ist alt. Hey! Hey! Ist doch krank. Wo ist das? Ach, das geh ich. Ist mir zu doof. Dein Hase krank und alt, mach ihn mit Finito kalt. Mit was kalt? Kennst du's nicht? Nee. Ist dein Hase krank und alt, mach ihn mit Finito kalt. Mit der Riesensammlung an Dingen. So. Wie ist das Ding? Boah! Tanz, Präsident! Tanz! Warum denn? Gehen sie weg, sie Lümmel. Sie Traitor. Böser Traitor. Was? Was war denn das jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Ah, verdammte Axt. Ich hab... Was für eine Axt? Ja, ich hab gedacht, der Präsident hat den Hai getötet. Oh Gott, was passiert hier eigentlich? Hab ich ja auch. Ja, ich weiß. Aber ich war mir nicht sicher, wer wen getötet hat. Ich hab euch nur tanzen sehen und dann ist der Hai umgefallen. Habt alle getanzt. Oh, 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 oh. Okay. Hilfe. Ach. Ah, echt jetzt? Ah, super. Muss ich Danny töten. Na toll. Komm doch. Ich hab dich gesehen. Obst du? Ne, ich hab dich wirklich gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wo du hin bist. Hier musst du auf jeden Fall nicht. Mann, du Camper-Sau, ey. Also da hast du dich echt nicht mit rum bekleckert. Mit allem anderen auch. Nicht mit Ruhm. Vollkommen recht, das tut mir auch so ein bisschen leid, ja. Das tut es nicht. Doch, tut es wirklich. Ich wollte dich nicht töten. Ich töte ungern Präsidenten. Tut es nicht. Präsidenten hab ich jetzt nix mehr am Hut. Die töten einen einfach so. Die wollen nur damit, dass sie tanzen. Was? Und wer war jetzt Traitor? Ja, ich. Aber ich bin wieder aufgestanden und Tim hat natürlich schon vor dem Haus gewartet. Natürlich. Ich hab keine Ahnung. Ich seh dir, dass Traitor ins Haus geht. Ach, da geh ich halt woanders. Lalalalalala. Find ich schon. Ey, du hast gesagt, jetzt musstest du so Dingens hier. Danny töten. Ja, und ich hab gedacht, Danny ist ins Haus gegangen. Ne, freu ja nicht mal Traitor. Ja, das wusste ich ja nicht. Hätte ich dich eher vor Sophia gefunden, hätte ich dich erschossen. Ja, und ich dachte, du hättest ihn schon geschossen. Weil er nichts mehr gesagt hat. Ich hab nur gesehen, dass jemand ins Haus gegangen ist. Und hab gedacht, das ist Erik. Weil dich hatte ich ja schon erschossen und bin davon ausgegangen, du bist tot. Ey, Leiter, lass mich los. Als du dann wieder rausgekommen bist, wusste ich, okay, du warst eigentlich tot. Ach nicht. Du warst eigentlich tot. Und ich hab irgendwie so einen Schatten gesehen und hab gedacht, dass du wieder diese Unsichtbarkeitsdingens genommen hast. Hat sich irgendwie so einen Schatten bewegt. Ich dachte so, hä? Unsichtbarkeitsdingens? Der Shadow. Von Tim oder wie? Shadow in the wall. Stimmt, Tim hat das schon mal benutzt irgendwann, ne? Der benutzt das ziemlich häufig, ja. Ja. Hallo, Wasser in der Dose. Ich spür's nicht mal, wie das Ding heißt, was unsichtbar macht. Ich auch nicht. Ne, Mr. Präsident, na, Mr. Mops. Hallo. Seid denn ihr alle? Ich lauf hier runden und es ist die ganze Zeit keiner zu sehen. Warum verstecken sie sich da hinten im Wald, Mr. Präsident? Weil ich Angst habe, schon wieder getötet zu werden. Okay, hi, hi. Da kommt nämlich gleich der Hai, weißt du, da muss er aufpassen. Da kommt gleich der Hai. Da kommt gleich der Hai. Da kommt gleich der Hai im Weg. Da haben wir auch noch was zu klären, Madame. Hau ab, Mann. Gott sei Dank, Mann. Gebt's der Bank gar nicht. Soll ich euch alleine lassen? Ich frag noch. Macht doch mit. Weil ich- Wir sitzen jetzt schon einmal 4 und rein. Ich wollt gar nicht wissen was ihr da macht. Warum nicht? Der 4 ist alleine da oben. Die- Duh- Wo da oben? Duh- Ja, in den M1 von Eich. Das ist nicht so schlimm. Ich hab' dich gesehen, das hat gereicht. Ach so. Ja, wir wird mal gucken wie weit man hier kommt. Wenn man hier oben ist. Sehr weit. Ich glaub der Hai hatte irgendwie n Problem. Das ist dochboy sehr un geology. Soll du ice? Light, 5-2. Ja. Boah, du fieser Mann! Hast du jetzt den Präsident getötet? Wo ist der Präsident? Nein, hab ich nicht. Ah, super. Also der Präsident ist gerade wohin gegangen und er wurde getötet. Ja, offenbar. Ah, super. Da wurde noch jemand ertötet. Er tötet? Hm. Oder sie tötet. Oder sie tötet. Hä? Nee. Ups. RCS tötet. Läufst du auch hier oben, ja? Oh, sehr schön. Wenigstens einer, der Traitor war. Sag ich ja gar nicht so verkehrt. Hä? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Mein Freund, der Baum. So was. Ach, ja komm. Hm. Oh, Spiel ist abgestürzt. Mein Spiel ist abgestürzt. Ist glaube ich nicht so schlimm. Ich geh nämlich jetzt auch raus, weil es um 10. Oh. Schon zu spät? Ja, und ich will noch was anderes zocken. Okay. Final Fantasy? Na gut. Nö. Okay. Was denn? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Machen wir an der Stelle Feierabend, würde ich sagen. Toll. Machen wir an der Stelle Feierabend? Ja, machen wir an der Stelle Feierabend. Das ist ein Zeichen gewesen, Danny. Ja, es war ein Zeichen. War ein Zeichen. Komisch, also jedes Mal, wenn Sophia diese Wiederbelebungsdingens nimmt, ich sie erschieße, stürzt bei mir das Spiel ab. Warum auch immer? War vorhin schon besser. Hm. Weiß ich nicht so. Weiß ich nicht so. Ja, genau. Auf jeden Fall müssen wir mit Sophia nochmal üben, wie man Thomas richtig einsetzt. Ey, das ist doch voll lustig. Nee, quer wo die ganze Meff ist Quatsch. Ja, vor allen Dingen schon dreimal oder so, ne? Auf Kakariko war es ja auch mehrfach. So, oh, da kommt ein Zug und er fährt nach nirgendwo. Oh, guck mal, da hat jemand den Thomas eingesetzt. Oh, cool, guck mal, er fährt in die Luft. Ja. Ich hab mich wiederbelebt, ich bin ja nicht blöd. Thomas auf dem Weg zum Mond, zum Mond, zum Mond. Hä, wieso darf ich denn nicht einfach mal Thomas in diesen Bock haben? Wenn ich keinen Ausweg mehr weiß, mach ich das einfach. Ach, wenn du keinen Ausweg mehr weißt, dann nimmst du Thomas. Wie sich Züge durchgehen kann. So ist das also. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Wir lassen das so definitiv im Raum stehen. Wenn das als Schlusswort des heutigen Ströms ist. Ja. Willst du nicht mein Freund sein, so schlage ich dir deinen Schädel ein. In diesem Sinne, tschüssi. Tschüssi.